es ist noch ein level 99 das ist zu wenig da dauert noch los was passiert was passieren könnte dass wir sterben ich habe jetzt man kann das dämonen schlechten schlecht das genommen ich bin der schaden gegen dämonen nicht machen wir jetzt nicht auf verteidigung gehen ich werde auch verteidigung geben weil so was ich bin noch nicht noch nicht drin also ich bin jetzt verstehe jetzt kann man nicht erledigen der mann schaden man hat nun zu angegriffen da kam irgendwie so eine welle oder so glaube ich die hat mir dem flügel zugeschlagen hat ja da ist mir schon aufgefallen hat man hat vielleicht nicht machen sollte ja jetzt eine blase ich glaube die blase kaputt geht gehen wir kaputt keine blase ja schauen wir nicht super nichts wir haben gucken wie der kampf erstmal funktioniert ja ich verstehe überhaupt nicht wie das hier funktioniert wenn ihr den ring verlässt stirbt wenn die dich trifft ja du warst halt außerhalb deswegen wenn ich dich ein blase ich würde nur vom flügel geschlagen beim ersten mal die hat im flügel angriff gemacht ja der angriff macht schaden ja der angriff macht schaden ich kann dir machen die aufreißen ja sie wollen einfach alles von uns das hat er mit gmick anscheinend alles ja 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 ich das du ich ich sag ja der bobo der welt so ich kann den nur einmal beschwören ich kann den habe ich irgendwann rüstungstrank genommen na mal los wie siehst du aus wer bist du was machst du und wie schnell werden wir haben so wie jetzt qual hat er macht gibt bist du hübscher der madenkönig ich habe mir wieder so ein engel gedacht wenn wir ganz jetzt anscheinend so ist meine gifte sind auf 70 krank genommen gegen alle schaden starten auch wenn ich in die bingereien anscheinend wenn mir die trinke sowas von ausgehen jetzt noch alles ok ich denke ich habe ich habe acht warum muss es ausgerechnet gibt sein warum wir so viele probleme gibt das ganz ehrlich war es zu hören wieder stand in die stadt ich bin ja nicht nur auf physischen schaden von nicht naja du hast einen höheren wieder gegen die stadt in den befinden irgendwie dadurch okay hat er noch eine zweite phase denn sonst ist das irgendwie wir werden irgendwann die tränke ausgehen ja da ist weiter wow aber auch schon hat mir getan tränke ich bin noch nicht immer noch nicht ich habe bestimmt noch eine heftige phase oder so ich habe mich der vorhand genug die stein halten nein 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 er ist nicht vertreibt und ich bin nicht tot ich habe noch einen frank 23 23 22 da liegt noch eine musik was höchstens was ich glaube ich habe mich gefressen gerade aber ist aber doch da habe ich aber gerade gefressen ich habe noch einen fang ich habe nur noch 0 dran ich hatte gibt wieder stand nehmen soll gerade weg er hat die kaputt aber der hat mich ja wenn ich hoffe ich kann nicht weg er hat mich gefressen ich meine ich auch kein dran obel ich nicht gift widerstand ich glaube nicht ich muss warten ist der kampf nur aktiv oder muss mir noch mal beschweren ja das noch gibt jetzt haben wir da auf keinen fall ich muss warten also wenn man mal ist das familie ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht wir haben den franken alles haben wir noch mehr also mit so einem räucherzeug also viel schaden und immer ein paar tränke hinterlassen leute ich muss machen er wackelt mit seinen hüften der schwingte den angst mag ich nicht irgendetwas von der decke fallen ist das ist nicht zu verstehen ich muss machen einfach kein schaden weil ich wenn er dich schlägt hätte schon fast die erste meiner lebensenergie verloren dauernd am schlagen halten ich habe noch zwei tränke wir sind angeschlagen ich bin noch ich bin noch nicht bereit naja wir kommen da rein aber so genauer durchschießen die machen mehr schaden so gut wie nein ja wo er betäubt ist ja das dann wenn ich mich wieder belegen kann ich glaube nicht dass wir gut wollen wenn der davor die erste bitte nicht essen ja ich glaube nicht den angst davon der ecke aus wir machen wir nicht dafür schaden würde er angefangen haben mich gestochen es ist damit gefressen er habe ich aber gestochen irgendwie machbar ja wenn materialien zu fahren ist nervig ja das ist mir sowas von tot danke mehr stück tragen ich habe mich aufgewickelt ich brauche zeit um das freudig ein trank ich habe fünf tränke haben wir ihm zu brei komm herzustellen schwefel ich habe direkt die einzigartige sende gekriegt wie man tut meine leichten explosion ein bisschen verstärken ich habe einen stärkeren einzigartiges die sind alle 925 bei mir die sachen ja klar wenn eine biete gegner betäubt einfriert oder bewegungsunfähig macht oder schaden gegen einen boss vorsachen gegen eine nähe angezogen ihr vor sagt 30 ich weiß nicht ob ich dann will ich habe den gott töter krone von maximales leben abzeigen ja mit so anti gift klamotten ist er noch machbar habe ich sorge für bezeichnete schaufel plänkler schlagen wir seien es kommen wir nicht bekannt von sind alles neu okay haben wir wenigstens sehen geschafft das ist doch auch mal was oder lele falt leider ich muss warten deswegen tun wir alle den formel da ist 925 sachen gibt nur leider sind keine sachen gut für mich finde ich sind leider nicht gut für mich habe ich gesagt habe ich nicht habe ich schon verstanden warum sollte ich das wollen wir ja ich gebe ich benutzen nehmen wir das herr monster wieder stehen physischen schaden barriere monsters schatten schaden ist das was sie an trank gegen an die schatten machen wenn du willst schatten schaden an die widerstand mensch ich glaube ich ich glaube doch alles erfasst ich habe 62 prozent irgendwie da gehen wir mal da reingucken wir mal wieder nach unseren neuen bild hier so abgeht sollten wir eigentlich noch schaffen wir haben ja 75 haben wir verloren soweit die theorie was für die theorie das war 75 man kann sich direkt dahinter ich glaube ich habe mich jetzt zu der zu dem punkt dahinter importiert glaube ich ja ich auch ja ich bin dran ich bin drin alles klar und du auch und doch mal fragezeichen in der hand ist wieder sind dann wo sehr viele gegner sind als das ist ja ok ich muss ich muss da reingetreten alle das war eine da sind wieder diese schilette die langsame schläge machen wenn man sich durch die exklusion aufgehangen jetzt der explosion das gestorben ist explodiert blutblasen aber die gibt es auch genau vielleicht ja ich bin wecker ganz also ein langsames glätte oder einfach nur in haufen gesehen hast du da rein warum hält er so viel aus das ist nur ein skillet geht drauf ist jetzt mal drauf ja wird vielleicht ein bisschen feuchtiger nach dem blitz auf mich geschossen der ehre wieso tut uns dieser angriff von schatten immer schon so gewesene so ein kleiner wellen angelegt das ist ja das ist ja der gimmick von dem viel dann der angriff von dem ist super langsam zu verviel schaden ja aber warum ich weiß doch nicht warum die dazu entschieden hat jeder idiot ausweichen kann weil der einfach so langsam deshalb macht der super viel schaden nämlich mal doch da komme ja ich bin noch nicht bereit perfekt von wer sich brauchen seite aber hat eine blutblase ich weiß ja auch blutblasen sind ja ich habe mich zurückgezogen ich habe nicht so viel selbstbewusstsein gehabt die noch kaputt gehe vor die hoch geht ich finde ich auch noch gestehe der top die nicht schon genug aushalten nein ich weiß ich weiß lord nixer night die perfekte ich bin noch nicht ich verstehe ich warum die kleinen million zuviel aushalten ich brauche mehr zeit ich habe sie gar nicht klar ich werde von der kleinen heute ja ich bin noch okay es gibt doch mal du blöder ich muss wenn ich mal weiter zurück mir sterben die auch nicht so schnell leider ist nur ein blödes skelett geht drauf zum teufel du bist ein freak wo bist du hingegangen da längst im ersten raum die ich gesehen nur einmal gestorben am anfang die kommt von zwei seiten nicht platzen bitte ich habe mir ein bisschen mehr wie ein feitling schalte mich im hintergrund ich bin noch nicht das bücher egal keine ressourcen aber schlechte idee näher war für schaden ich kann endlich mal zerfleischend ja ich kann endlich mal schießen da lang wir sehen wie weit wir so level mit kommt mit dem ding an man ja da könnt ihr ein bisschen wird dann war vorher kugelgeweck blutblase geweck an da wird ja alles von der blutblase durch das hätte eine warte in der warte schmerzt sich immerhin aber das blutblasen habe ich gesehen alles tot gut ich will wieder zurück ich habe ich dieses hell noch ich glaube ja das muss jetzt bloß auf dann ist wieder ein brunnen wieder eine falle ich bin allerdings so lange ich bin auch packen so weit von tot ich bin tot fast wieder nach der blase belaufen ich habe mich schon verstorben ich bin ich bin tot ich wollte teufel als mögliche nur ein paar rennen wieder weg also haben lachen noch eine idee gegner zu töten der rennt mir messer auf mich zu der verräumt aber die machen mir viel zu viel schaden aber mehr in der nähe sind keine gegner werden so sind wir weg okay den ein habe ich ich bin gleich tot 9 ich habe keine essenz mehr 9 9 denn 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 da sind du bist mir langsam wieder dies worden ja ich bin du ich bin hier voll am struggle das mit den einfachen gegnern jetzt habe ich die blutblase von hinten erwischt blöd die blutbladen die war hinter mir aber aus irgendeinem grund wir haben schon wieder zu viele leute das vielleicht noch geschafft ich habe mich auf jeder ist auch scheiße ich hätte den kampf vielleicht sogar noch gewonnen da gehen wir noch auf eine seite bitte da war aber noch eine blase blase das weniger blutbladen wir sind ein ereignis beigetreten bei mir ist noch hier hat pergament am laufen anscheinend pergament gefunden ich habe ganz gefunden ja genau da wo du gerade gestorben ist ich muss machen das sind dinger herrkund man das war eine blutblase und aber noch eine die knochenmassen explodieren aber die dinger sind am explodieren gewesen explodiert hier sind knochenmassen ja man die beiden gegnern ausschauen wenn wir mich hier wieder ich zurück eine menge gegner ja wieder ja ich weiß ich sehe ich glaube ich hatte mich da wieder bezweifelig auch irgendwie ich werde mich hier gleich wissen ich werde hier von den normalen gegnern gefischt ich bin tot es geht schon wieder alles den bach runter das war fern ich mache so dass ein feld ich frage oder wenn wir noch ich bin noch nicht bereit ein spiel warum hält der so viel aus aber er hat mich schon wieder bei der gtl die gtl aber noch mal hier oh gott oh gott ich bin getrunken hat feuer ich bin tot aber ich habe keine tränke mehr dann ziehen die sich vielleicht zurück und dann kannst du nicht wieder gott geht weg also feuertyp der so nervig ist ich bin noch nicht mal einige von dem müssen wir ja erledigen ja ich weiß alle weg okay ich muss warten du wirst du ich bin hier wo keine ahnung hatte keine tränke mehr ist mir gar nicht aufgefallen okay sind hier ja ja der der angstwelle da schon wieder doch schon wieder dazu unsere reise in diablo ja wie sie so ist das scheiße machen hat denn die anderen es hat zum kotzen ist die machen sie nehmen viel zu wenig schaden die normalen gegner die halten ich kann mich nicht bewegen ich habe noch eintragen warum halten die so viel aus dann ist da nicht mehr richtig abwesel reich da habe ich bitte so blase ich muss warten warum kann das ding ein durch die wand killen irgendwie nicht ich habe nur tränke und ich bin fast wieder ganz toll ist das hier gelaufen habe ich denn irgendwelche tränke gegen die wir sind dafür jetzt bringt ja keine ahnung will tiere kann die ballen banditen retter der reihe kult ist das kult ist wir sind das dämonen von allen über irgendwie was tol beschwörer ich dachte nicht auf die namen stöte einfach nur was sind dann von deutsch gewesen warum höchere gegner obwohl er keine in der nähe sind irgendwo in dem raum erscheint vielleicht mit einem schlag weg gemeint man kann gemeint nein nein ja da so aber aber schmeich hat den lichter ich habe ein paar hervorragend hätte ich nicht nur ein probleme leider sind zwei das level 70 unser limit ja anscheinend schon unsere reise an endet unsere reise bevor wir unsere limit sage ich bin so wütend oder auch nicht nicht genug nicht so lange ich in der stadt bin das ist auch eine stadt hier jetzt wird schon mal rüber zu last epoch dann oder was ist das überhaupt voll draußen schon klar ja oder war die perfekte 2 meinst du ne ja das ist ja noch nicht draußen da ist noch nicht mal die beta das ist noch nicht draußen genau da kommt erst nächstes jahr oder so dieses jahr kommt erst mal die beta ich bin noch nicht bereit haben wir hatten diese woche zocken aber sowieso nicht weiterkommen live kann man nicht erledigen die restlichen 30 level von links kann man nicht ja dann ändert ihr dann endete die reise ist barbaren und das toten beschwörer irgendwie schon dann ist sie keinen mehr in einer anderen welt hier vielleicht wird das spiel ja irgendwann gebufft oder so dann kann man ja noch mal wir vorbeischauen nicht alle quest haben wir gemacht sind dann jetzt hier noch zu machen ja sowieso nicht weiter kommt leute zuschauer meine ich damit ne wisst ihr bescheid ne ich weiß einige werden wenn wir fächer haben irgendwie noch reinschreiben ja ihr seid so schlecht ihr müsst das und dann machen also wir versuchen wir versuchen es aber man sieht wie weit man wir kommen ja das ist unsere unsere final form ja irgendwie schon und da ist das beste was wir reißen können also tut uns leid also geht noch zu erreichen ja da kriegst du noch einen erfolg ich habe eine trophy bekommen hat sie erreicht haben damit ein erfahrungsbalken gelb das ist doch auch schön ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit dann schaut 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 leute wir schlachten hier nochmal ich bin noch mal